UEFA Superpokal, Finale. Herzlich willkommen liebe Fußballfans zu einem Spiel, das es in sich hat. Besser geht es nicht mehr. Zwei Teams, die zuletzt Überragendes geleistet haben. Zwei Teams, die sich jetzt auch noch diesen Titel schnappen wollen. Wem das gelingt, na warten wir es mal ab. In wenigen Augenblicken können wir hier endlich loslegen. Und Liverpool gegen Hannover 96. Finale um den UEFA Superpokal, das Duell der Titelgewinner, das Duell der Übermannschaften. Jetzt können sie sozusagen noch die Krönung einer fantastischen Saison einfahren, können sich direkt den nächsten Titel holen. Weiden West zu können. Die Krönung Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Virgil van Dijk spielt mit Dejan Lovren in der Verteidigung. Mohamed Salah steht mit Sadio Mane auf den Flügelpositionen. Und der einzige Stürmer ist zu Spielbeginn. Roberto Firmino. Das ist die Aufstellung mit der Hannover. In dieses Spiel geht es. Liverpool mit dem Anstoß. Durchgang 1. Los geht's. Liverpooler Platz. Ballverlust Liverpool. Klärt den Zeiten aus. Wird natürlich Einwurf geben jetzt. Waldemar Anton. Rani Khedira. Korb. Fenix Klaus. Arne Meier. Paulinho. Viel mit Auge. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Er ist frei und gehalten vom Torhüter. Ja, ein guter Schuss, aber noch besser pariert. Mohamed Salah. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Oh, das sah vielversprechend aus. Korb. Waldemar Anton. Khedira. Auf geht's, auf, wir kämpfen uns hier. Auf geht's, auf, wir kämpfen uns hier. Auf geht's, auf, wir kämpfen uns hier. Korb. Arne Meier. Ja, mit viel Übersicht. Das war Pech, das ist abseits. Marco Grujic. Ballverlust. Rani Khedira. Rani Khedira. Roberto Firmino. Jordan Henderson. Henderson. Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Da verlieren sie den Ball. Gieselmann. Paulinho. Arne Meier. Das könnte was werden. Jetzt der Ballverlust. Frühe stören jetzt. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Mané. guter vorstoß da jetzt da ist die chance für die flanke und da ist der ball erstmal wieder weg das gibt ecke ecke kommt rein jetzt könnte die flanke reinschlagen hereingabe geht darüber an den langen forsten gut aufgepasst er hat die flanke freistoß mehr nicht keine große sache arne meyer da wäre platz auf außen bald fliegt hoch ein da könnte was werden ja jetzt müssen sie aufpassen da muss er flanken ja ganz sicher ball ist aus familie ball in zeiten ausgeklärt sie bekommen den einwurf lofre mohamed salah robertson hier ist er unter druck und der ball geht ins aus waldemar anton chedira sie verlieren den ball händersen marco gruic fenix klaus und der ball lieber wieder zurück arne meyer arne meyer schöne zuspiel flanke geht rüber an den langen forsten problemlos hatte den ball felsen schoen mit der ball der ball verlust felsen felsen klaus Gut gespielt, Ball geht nach außen. Waldemar Anton, Arne Meier. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnisses. Macht das da gut. Fabinho, Marco Grujic. Sieht gefährlich aus. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Die Chance, Chance lebt auf. Der geht nicht rein. Super Chance, was für eine Szene. Ja, was denkst du dir als Trainer nach so einer Szene? Die Riesenchance und dann kommt überhaupt nichts dabei rum. Weiter alles ausgeglichen. Oh ja, der ist unzufrieden. Pass auf den Flügel. Arne Meier. Füllkrug. Gieselmann. Kedira. Waldemar Anton. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Was macht er draus? Jetzt die Flanke. Ah, der Meier. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball. Viel zu ungefährlich. Fabinho. Mohamed Salah. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Gutes Technik. Fair gemacht und er hat den Ball. Gieselmann. Einwurf Liverpool. Gieselmann. Einwurf Liverpool. Liverpooler Platz. Chance zur Flanke jetzt. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Gieselmann. Paulinho. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Gieselmann. In den freien Raum. Der spielt er gut. Arne Meier. Er versucht den Kunstschuss, aber der Lupfer war nicht gut genug. Das ist aber auch schwer. Da muss alles passen, wenn der reingehen soll. Khedira. Korb. Mané. Das sieht durchaus viel für... Mané. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Viel hat da nicht gefehlt. Und sein Versuch wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Sehr guter Schuss aus der zweiten Reihe. Schöner Versuch. Paulinho. Gieselmann. Felix Klaus, ja, der ist Platz jetzt. Erstmal geklärt, ja, aber auf Kosten eines Eckballs. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Den setzt er knapp neben das Tor, da hat er es mit ganz viel Gefühl probiert. Ecke kommt's, sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Paulinho, da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwägen. Alisson. Ballverlust Liverpool. Gieselmann. Rani Khedira. Felix Klaus. Er passt ihn auf den Flügel. Julian Korb. Jetzt gibt's einen Einwurf. Arne Meier. Klasse Pass. Gieselmann. Khedira. Paulinho. Waldemar Anton. Korb. Ja, sie lassen den Ball laufen, so und so. Klasse Pass. Jetzt wird's gefährlich. Und da ist das Tor. Dieses Tor haben sie sich verdient. Ja, mit diesen kurzen, schnellen, präzisen Pässen einfach mal die Abwehr auseinandergenommen. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Tolle Szene. Erst die wunderbare Flanke und dann dieser Schuss. Da stimmt alles bei dieser Aktion, das geht nicht besser. Das ist genau diese Situation, die er vermeiden wollte. Jetzt wird's richtig schwierig nach dem Rückstand und er muss reagieren. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Liverpool mit dem Ballverlust. Arne Meier, Arne Meier, gute Aktion, spielt raus. Weiter geht es mit einem Einwurf. Rani Khedira. Waldemar Anton. Khedira. Gieselmann. Gute Aktion. Das sieht vielversprechender aus. Füllkrug. Da ist er da. Gut gehalten. Ja, ganz stark aufgepasst. Pass auf die Außenbahn. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Kurze Hereingabe. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Sieht gefährlich aus. Lange Flanke. Wir halten, aber der Ball weiter im Spiel. Der Ballverlust. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Marco Guic, Firmino, Roberto Firmino. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Liverpool will ausgleichen, vielleicht jetzt bei diesem Eckball. Ecke kommt's, Kopfball aber nicht drin, gut vom Torwart. Pass auf den Flügel. Mohamed Salah. Fabinho. Das könnte vielleicht was werden. Marco Guic ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Da machen sie viel Druck. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Das könnte vielleicht was werden. Da verlieren sie den Ball. Sadio Mane. Mane, gute Parade. Misslungen der Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Der Steilpass, gefährlich, Firmino. Die Chance, ganz souverän hier vom Torhüter. Korb. Kedira. Paulinho. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Macht er gut. Ein guter Block hier. Und da holt er sich den Ball. Busche bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Sie liegen ja nur knapp hinten. Kurz mal deine Analyse. Liverpool ist knapp hinten, aber wir kennen die Mannschaft. So schnell gibt dieses Team nicht auf. Das Ding kann ganz schnell noch kippen. Kann klären, aufkosten dieses Einwurfs. Ja, könnte was werden. Jetzt die Flanke. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Da ärgern Sie sich. Ballverlust. Marco Grujic. Levokou mit dem Ballverlust. Pass auf die Außenbahn. Waldemar Anton. Rani Kedira. Paulinho. Was macht er draus? Da verlieren Sie den Ball. Mohamed Salah. Fabinho. Ballverlust, Fabinho. Firmino. Jordan Henderson. Man nähert den Ball. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Van Dijk. Fabinho. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Marco Grujic. Gut und fair das Declin. Die Chance jetzt vielleicht zum Contact. Sieht gefährlich aus. Gute Aktion jetzt. Klasse Pass. Waldemar Anton. Kedira. Gieselmann. Klasse, wie wir da hingehen. Jetzt können Sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Waldemar Anton. Kopp. Gute Aktion. Den hält er völlig ohne Probleme. Fabinho. Fängt diesen Ball ab. Paulinho. Rani Kedira. Waldemar Anton. Arne Meier. Kann er was draus machen? Niklas Füllkrug. Füllkrug. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Dessert. 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 Marco Gruic. Fabinho. liverpooler platz sadio mani schöne bewegung familie und hier diesen pass weg ist der ball aber das könnte es sein unglaublichen pressing sie stehen extrem hoch sie gehen drauf zeigen wieder mal ihr ganzes können und mittel mal vor der pause fällt jedoch noch der ausgleich ein wichtiges tor okay dieses tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen perspektive an am spielfeldrand wird jetzt natürlich überlegt müssen wir was ändern vielleicht eine umstellung spiel lief ja eigentlich gut aber dieser ausgleich verändert die partie 1 1 wieder unentschieden der spielverlauf ist völlig offen arne meyer gieselmann gedira waldemar anton das könnte die chance werden hinten stehen sie kompakt aber kommen sie jetzt vielleicht klasse dazwischen gegangen den ball hat er ganz souverän robertson ballverlust leverpool pause im spiel um den uefa supercup es ist noch alles offen naja es bleibt spannend es könnte sogar noch dramatisch werden was die verwendet du waldemar Vielen Dank.